Musik Zuerst werden sich persönliche Ziele gesetzt und dann die Freude am gemeinsamen Laufen sowie Feiern genossen, wenn alle Laufbegeisterten die Ziellinie überqueren. Das ist der Kreuzberger Viertelmarathon der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. der 10,5 Kilometer durch die Geschichte, Kultur und Vielfalt dieses Bezirks führt. Super Wetter zum Laufen, super Stimmung. Wir haben hier heute Teilnehmende gehabt im Bambini-Lauf, die jüngsten waren glaube ich vier oder drei Jahre alt und die ältesten bzw. ältesten Teilnehmer sind tatsächlich schon über 80. Die einladende Atmosphäre entlang der Strecke, welche über Kopfsteinpflaster und moderne Straßen vorbei an kulturellen Wahrzeichen führt, ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Laufes. Lokale Bewohnerinnen und Bewohner säumen die Straßen, um die über 450 Läuferinnen und Läufer anzufeuern und anzuspornen. Man läuft an den Kneipen vorbei, man läuft über den Südstern rüber. Es ist wirklich ein perfekter Rundlauf eigentlich durch den Bezirk. Besonders für Georg, Lucia und Mackenzie wird der Kiezlauf zu einem unvergesslichen Abenteuer. Denn sie meistern nicht nur zum ersten Mal in dieser Konstellation die sportliche Herausforderung, sondern erleben auch den unschätzbaren Wert des Miteinanders. Es ist cool, im Gegensatz zu alleine zu laufen, in einer großen Truppe zu laufen. Auch die ganzen anderen Leute sehen nicht nur sein eigenes Team und alle haben Bock auf die Sache. Und auch die ganzen Supporter, die dann immer klatschen und vorbeiläufen, ist irgendwie komisch, aber auch cool, motivierend. Die unverzichtbaren Heldinnen des Kreuzberger Viertelmarathons sind aber die Golden Girls. Seit Jahrzehnten sind sie eine feste Größe und sorgen immer wieder für strahlende Gesichter bei der Laufgemeinschaft. Wir sind für das Schneiden des Obstes zuständig, dass es also griffbereit für die Läufer da ist. Und wir füllen auch die Wasserbecher ständig nach. Ein Hoch auf die Golden Girls, die Läuferinnen und Läufer, die den Kreuzberger Viertelmarathon bewältigt haben. Kurz gesagt ist das Event der Turmgemeinde in Berlin 1848 e.V. mehr als nur ein Lauf. Es ist ein Erlebnis, das Sport und Engagement vereint. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.